Schützenkompanie Wolkenstein, Schützerin Salve. Schützenkompanie Puchenstein, Schützerin Fodon Mekal. Schützenkompanie Mareo Enneberg, Schützerin La Pide Mareo. Schützenkompanie Sankt-Hulrich-Gren, Schützerin Duchtigay. Schützenkompanie Schützer Ampezo Hayden. Schützenkompanie Ladins de Fascha, Schützeres de Fascha. Inmitten der sagenumwobenen Dolomiten lebt ein Volk, welches sich in Sprache und Kultur vom Rest Tirols unterscheidet, die Ladiner. Die gewaltsame Zerreißung Tirols vor über 100 Jahren traf diese Täler besonders. Sie wurden unter drei Regionen aufgeteilt und nicht allen Ladinern wurde eine Autonomie in fremden Italien anerkannt. Doch mit Gewalt kann man kein Ziel erreichen. Denn sie sprechen eine der ältesten Sprachen Europas immer noch und halten an deren Brauchtung fest. Ich bin glücklich, dass dieser Kassou auf dem Zerreißung kommt, um die Plumauta zu machen. Die unsere Kassoum ist die größere Kassoum der 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 Kassoum. Anell bis zum Tirol mit einem Referendum im Tor. bilanz nicht in der Ausnahme, aber das kann man mit Wohlzahngehen gehen. Da nicht so gut sind, aber wir gehen weit weg. Das ist gleichzeitig der Kassoum der Kassoum der Kassoum. 7 Kompanien Ladine, und hier werden wir noch eine Salva, und hier werden wir noch ein Chastell de Waal, und hier ist Salva, ein Chastell Knauzon, von 1200. Das ist ein Hof von Wolkenstein. Wir sind hier in Gardein, und wir können auch so eine schöne Heimat sein, das ist eine der Arbeit, die wir nicht machen können. Die Heimat ist ein Land, die wir nicht fühlen, und das ist einer unserer Kraft, und eine der Dinge, die wir wollen. Unfortunately, wir haben keine Angst, weil wir viele Italiener sind, aber wir machen, dass wir leben, dass unsere Sprache und unsere Sprache nicht weitergehen können. Ich bin der Kommandante der Schichter der Pli de Mareo. Die Firma hat 40 Jahre alt. Wir sind hier, dass wir unsere Kultur und unsere Tradition haben, dass wir unsere Kultur und unsere Tradition haben, dass wir unsere Lande haben. Die Lande sind ein Lande, weil wir die Lande haben, dass wir uns nicht verabschieden, dass wir uns sehr wichtig sind, dass wir uns nicht weitergehen können. Wir sind eine andere Firma, die wir in der letzten Jahre, die wir in der Lande haben, und dass wir uns nicht weitergehen können. Wir sind die Lande, die wir in der letzten Jahre, die wir in der Lande haben. die wir in der Tatmung haben, das wir in der Tatmung sind, die wir in der Tatmung sind, die wir in der Tatmung sind. Die wir in der Tatmung sind, wenn wir noch andere Aktionen zusammenarbeiten, die wir in der Tatmung sind. Wir brauchen viele Menschen zu erfinden, das wir in der Tatmung sind. Wir haben eine gute Quarantäne mit der neuen Kompagnen. Wir haben eine gute Quarantäne mit der neuen Kompagnen. Wir haben eine gute Kompagnen. Als es zu Beginn war, war es sehr schön, weil es nicht mehr war, und jetzt war es nicht mehr. Es war nicht mehr Italien, die das erste Kompagnen ist. Wir haben immer noch eine kleine Kompagnen, weil es nicht mehr war, denn es war nicht mehr so, weil es nicht mehr so gut ist. Wir haben immer noch eine kleine Kompagnen. Wir haben nicht mehr Zeit, weil wir uns nicht mehr kennenlernen. Wir haben keine Schützler. Wir haben nicht nur Ladings, wir haben auch Tiroler. In Freundschaft haben sich die Schützen dieser Täler zusammengeschlossen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, den Erhalt und Schutz der Sprache und Kultur. in einem vereinten Tirol.